Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und im Vor-Unboxing habe ich euch ja gezeigt, ich habe drei Bad-Starter-Sets, will ich es mal nennen, Bad-Pflege-Sets, wo so gut wie alles drin ist. Ich habe mich entschlossen, ich werde zu jedem Produkt ein Video machen und dann ein Video, wo ich alle drei Produkte nochmal zeige, was wo drin ist und wie viel. Macht sich von der Aufteilung her, finde ich, besser. Ja, da würde ich sagen, wir fangen erst mal mit dem kleinen Set an. So, ich richte euch mal nach unten. So, ein bisschen ranzoomen. So, dann können wir uns jetzt mal hier angucken, ist so in so einer Klarsichtfolie. Das machen wir jetzt einfach mal auf und gucken uns mal an. Für unterwegs ist es so mit einer Tasche natürlich am besten. So, das komplette Leder. Fühlt sich auch sehr wertig an. Auch hier, Leder dran an den, seht ihr das? An den Reißverschlüssen? Das fühlt sich sehr, sehr wertig an. So, dann gucken wir mal. Wir haben hier vorne einmal so ein Fach. Das können wir aufmachen. Da haben wir, was haben wir da drinne? Eine kleine Bartschere. Haben wir hier vorne drinne? Ist hier vorne noch was? Ich glaube nicht. Wir gucken mal, was hinten ist. Hinten haben wir einen Kamm. Mir muss das, würde ich jetzt sagen. Dann nochmal ein Kamm. Oder Bürste. Das würde ich eher Bürste sagen. So, und das war es auch schon. Das ist das kleine Set, bestehend aus einer Tasche, einer Schere, die hier vorne auch schön abgerundet ist. Also, ihr könnt euch da auch nicht in der Sicht schneiden oder so. Oder pieken, weil das ist wirklich komplett hier abgerundet. Braucht man keine Angst haben. Vor sowas habe ich nämlich immer Angst bei den normalen Scheren. Dass ich mir irgendwie, ihr wisst, wie ungeschickt ich bin, dass ich mir da irgendwie die Halsschlagader aufschneide oder sonst irgendwas dergleichen. Ich bin so ein Trottel, der schafft das natürlich noch. Dann haben wir einen kleinen Kamm mit bei. Hier steht auch die Firma Dr. Dittmeier. Habe ich alles mit netter Unterstützung von Bartkultur.com bekommen. Auch Dr. Dittmeier. So, das sind die drei Sachen, die jetzt in dem kleinen Set mit drin sind. Für unterwegs, finde ich, ist es sehr gut. Wir haben einen Kamm. Wir haben eine Bürste für größere Berter. Und wir haben eine Schere, um mal so kleine Unheimheiten auszugleichen. Reicht eigentlich für Pflege unterwegs, denke ich mal, an sich schon aus. Für die schnelle Pflege zwischendurch. Dann würde ich das Video jetzt hier auch erstmal beenden. Und würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn wir uns die große Tasche angucken. Also die nächsthöhere Stufe. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. Auf Wiedersehen. AufATOR맛. SUV-Car. Und wieder haben wir uns in der Zeitung.